Unterdessen hat unsere Mittwochskandidatin Sarah ausgechillt und begrüßt die Gäste in ihrem liebevoll dekorierten Wohntraum in Berlin-Spandau. Ich habe für euch ein Begrüßungskontier vorbereitet, in attraktiv, attraktiv, kennt ihr das? Das ist ein feiger Hypo aus dem Jahr 2020, hier vom lokalen Spägel. Und der ist gut, ist der. One for you, one for me, one for three, and for you, of two. Ganz feines Tröpfchen. Zum Wohl. Hopp, hopp, Ritten, hopp! Offensichtlich hat Sarah mit dem feigen Hypo den Geschmack ihrer Gäste nicht ganz getroffen. Ich finde, der hat eine fruchtige Note und hilft auch, um zwischendurch einfach mal klarzukommen. Gut! Deine Gäste sehen hungrig aus. Gibt's bei dir vielleicht einen Gruß aus der Küche? Ja, kein Problem, kann ich machen. Hallöchen, Brüböschen. Schöne Grüße. Dann kann's ja jetzt losgehen. Gut, jetzt wird gekocht. Endlich. Oh! Was ist los? Die Kapfeier ist in der Einzugruf. Fällt mal gerade ein. Das geht nicht vor... Das geht nicht vor mir. Das geht nicht vor mir. Bitte auch. Nein, das geht nicht vor mir.